In diesem Video erklären wir dir, wie man ein Wort schreibt. Das ist das Ruder. Die erste Silbe heißt RU. Sie beginnt mit einem R. Der Vokal, den du hörst und in das Feld schreibst, ist ein U. RU-DA. Die zweite Silbe heißt DA. Sie beginnt mit einem D. DA. Die Endung hinten ist A. Immer wenn du am Ende A hörst, schreibst du E-R. Toll, dass du zugehört und mitgemacht hast. Und bis zum nächsten Mal.